Die erste Generation der Roten Armee Fraktion formierte sich Anfang der 1970er Jahre unter zentralen Figuren wie Andreas Bader, Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof. In diesem Zeitraum bis Ende 1974 verübt die RAF zahlreiche Banküberfälle sowie Bombenanschläge auf amerikanische Militärinrichtungen, deutsche Sicherheitsbehörden und Medienunternehmen. Die Bilanz dieser Aktion umfasst vier Tote und 41 Verletzte. Die Großverhandlung nach den Tätern führte im Juni 1972 zur Festnahme des Großteils der RAF-Mitglieder. In diesem Video werden wir uns anschauen, was nach der Festnahme aus den Mitgliedern der ersten Generation wurde. In Stammheim, einem Stadtteil im Norden von Stuttgart, wurde der erste große Prozess gegen die Rote Armee Fraktion abgehalten, dem später viele weitere vor dem zweiten Senat des Oberlandesgerichts folgten. Die Angeklagten, darunter Andreas Bader, Gudrun Ensslin, Ulrike Meinhof, Holger Mainz und Jan Karl Raspe, wurden wegen mehrfachen Mordes und Mordversuchen während der Mai-Offensive der RAF im Jahr 1972 angeklagt. Diese Angriffe, die auf ein US-Offiziercasino in Frankfurt und das US-Hauptquartier in Heidelberg abzielten, sollten als Vergeltung für den Vietnamkrieg dienen. Da die meisten Opfer in Heidelberg, Baden-Württemberg zu verzeichnen waren, lag die Zuständigkeit beim Oberlandesgericht Stuttgart. Nach der Verhaftung des Kerns der ersten RAF-Generation wurde der Prozess vorbereitet. Dazu gehörten der Bau eines neuen Gerichtsgebäudes neben dem Gefängnis in Stuttgart-Stammheim die Ernennung eines neuen Vorsitzenden, Dr. Prinzing, der als geeignet galt, den anspruchsvollen Prozess zu leiten, sowie die Einführung neuer Sondergesetze. Der Neubau des Gerichts in unmittelbarer Nähe des Gefängnisses war notwendig, um Befreiungsaktionen zu verhindern. Der Prozess begann am 21. Mai 1975 in einem neuen Gebäude aus Stahl und Beton. Der Gerichtssaal war fensterlos, mit Neonlicht und rohen Betonwänden, was eine Festungsatmosphäre schuf. Um das Gebäude herum waren 400 bewaffnete Polizisten positioniert. Ein Stahlnetz über dem Hof sollte vor Hubschrauberbefreiungen schützen. Überwachungskameras, Außenscheinwerfer und spanische Reiter verstärkten die Sicherheitsmaßnahmen. Von den fünf Angeklagten erschien nur einer nicht. Holger Mainz war sechs Monate zuvor bei einem Hungerstreik gegen die Haftbedingungen gestorben. Der Prozess begann chaotisch, mit provozierendem Verhalten der Angeklagten und einer polizeistaatlichen Atmosphäre. Es gab Auseinandersetzungen über Zwangsverteidiger und Diskussionen über die Verhandlungsfähigkeit der Angeklagten aufgrund der Haftbedingungen. Und die Angeklagten wurden von Justizbeamten in den Saal geschleppt. Im September 1975 bestätigten unabhängige Ärzte, dass die RAF-Mitglieder weitgehend verhandlungsunfähig waren, was zu erleichterten Haftbedingungen führte. Dennoch entschied das Gericht, das Verfahren ohne die Angeklagten vorzusetzen. Im Verlauf des Prozesses wurden mehrere Verteidiger ausgeschlossen und gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet. Ein Jahr nach Beginn des Prozesses beging Ulrike Meinhof Selbstmord, indem sie sich am Fenstergitter aufhängte. Von außen erreichten die drei verbliebenen Angeklagten Briefe, die sie dazu aufforderten, sich ebenfalls aufzuhängen, wobei sogar Stricke beigefügt waren. Unglaublicherweise ließ Dr. Prinzing beides zu, sowohl die Briefe als auch die Stricke, die tatsächlich zur Selbsttötung geeignet waren. Erst nach dem Prozess und dem Tod der Tragengeklagten wurde dies vor einem Untersuchungsausschuss des Landtags durch einen der Vollstreckungsbeamten aufgedeckt. Der Hauptbelastungszeuge Gerhard Müller wurde offensichtlich durch Drohungen umgedreht und möglicherweise auch vom Bundeskriminalamt bezahlt. Anfang 1977 kam ans Licht, dass er Schriftstücke aus dem Prozess über einen Richter am Bundesgerichtshof an die Presse weitergeleitet hatte, der für Beschwerden über seine Beschlüsse zuständig war. Einer der von ihm bestellten Zwangsverteidiger stellte daraufhin einen Befreiungsantrag gegen ihn, was zum Ausschluss des Vorsitzenden aus dem Prozess führte. Ein beisitzender Richter übernahm und brachte das Verfahren zu Ende. Kurz vor dem Urteil, das lebenslange Haft für die drei Angeklagten verkündete, wurde bekannt, dass vertrauliche Gespräche zwischen Verteidigern und Angeklagten im Besucherraum der Gefängnisse heimlich abgehört, auf Turmband aufgezeichnet und den Staatsschutzbehörden übergeben wurden. Der Landesinnenminister rechtfertigte dies mit einem Staatsnotstand. Rechtsanwalt Chely bezeichnete vor Gericht das Verfahren als systematische Zerstörung aller rechtsstaatlichen Garantien und betonte dessen exemplarische Bedeutung für den Zustand der Republik. Das Urteil wurde nicht rechtskräftig, da sich die letzten drei Angeklagten vor dessen Rechtskraft das Leben nahmen. Dies geschah während der belastenden 44 Tage im deutschen Herbst des Jahres 1977, als Hans Martin Schley auf ihrem Befehl hin von der zweiten Generation der RAF entführt und schließlich ermordet wurde, mit dem Ziel ihrer Freipressung. Falls dir das Video gefallen hat und du mehr Videos über die RAF sehen möchtest, dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, was aus den politischen Größen der DDR nach dem Mauerfall geschehen ist, dann klicke auf das eingeblendete Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!